Achte Aufgabe, One Minute Performance, Handyfilm, Handlungfilm. In Ihrem Zimmer einen kleinen Film drehen, in Ihrem Zimmer als Bühne, als physischer und psychischer Raum. Bitte befolgt nach Anleitung Video bei YouTube hochladen. Erstens gehen Sie zu www.youtube.com. Zweitens dann auf Video hochladen klicken. Drittens Username eingeben, Kunst Architektur 09. Dann Passwort Karin Sander. Dann Sign in klicken, Video hochladen, klicken. Dann wählen Sie Video aus und klicken Sie wählen. Fünftens geben Sie dem Video einen Titel, welcher Ihren Namen und Ihre Gruppe beinhaltet. Zum Beispiel Schmid, Martina, B2 Film, Titel, Beschreibung, Text, Kategorie, Datenschutz so beladen wie angegeben. Selbst mit Änderungen speichern klicken.